Was für ein herrlicher Sonntag gestern war, was für ein wunderbares Wochenende, welche unglaubliche Sonnenkraft und was für ein goldener Herbsttag gestern war und heute Morgen ein Morgenrot, wo vielleicht auch du schon Fotos gemacht hast oder das auf dich wirken hast lassen, weil es einfach so unglaublich schön und nährend ist, was wir da beobachten dürfen. Und das ist das, was uns die Natur schenkt, wenn wir in der Natur sind und auch du bist Natur und auch in deiner Natur liegt es, dich in deiner schönsten Kraft, in deiner schönsten Seite zu zeigen. Das ist die Einladung, das ist deine Möglichkeit und für mich gilt so, wie kannst du auch diese Kraft, die du vielleicht auch am Wochenende aufgetankt hast, erhalten, in dir, weiter mit dir tragen. Und dafür braucht es eine Entscheidung, nämlich auch in dir und für dich, dass du nicht, ja jetzt ist Montag und jetzt mache ich das und man macht sofort körperlich irgendwie ein Shift und ist nicht mehr dieser Mensch mit diesem offenen Herzen, der einfach da ist, um in diese neue Woche zu starten. Und ich weiß, montags gibt es oft viele Besprechungen und vielleicht kannst du das Video erst später hören. Es soll nur einfach dich wirklich, wirklich einladen, da deine Energie zu erhalten, dich in deine Energie auszudehnen, dir Raum einzunehmen. Und das ist etwas, was man wirklich auch über den Körper gut üben kann. Ich habe heute um 7.30 Uhr schon meinen Flashmob gehabt zum Kongress Mutter Erde. Da haben wir ja einen Tanzraum eingerichtet, wo ich gerade jeden Tag bis 9. Oktober noch einen Tanz mache, morgen und übermorgen auch um 7.30 Uhr und Donnerstag, Freitag dann nochmal um 17.30 Uhr am Abend. Dann kannst du übrigens auch über meinen YouTube-Kanal einfach mitmachen, live dabei sein, einfach dazuschalten, beziehungsweise möchte ich dich auch einladen, heute, wenn es dir irgendwie möglich ist, noch das Interview anzuhören, das bis heute 18.00 Uhr freigeschalten ist beim Mutter Erde Kongress. Da gehe ich nämlich auch auf das ein, wie kannst du gut verwurzelt in dir sein, um über dich hinaus zu wachsen. Und auch mit einer Übung werden wir dort starten und ja, ich weiß einfach, was möglich ist, wenn man sich diesen Raum nimmt und manchmal ist gerade dieses Raum nehmen die größte Herausforderung. Und deswegen die Einladung für dich, für diese Woche da auch nachzuspüren, wo klappst du vielleicht zusammen, wo holst du dich zusammen, vielleicht nicht so visuell, körperlich ganz stark, aber in dir und das macht auch ein Signal an deinen Körper. Und wir unterschätzen, glaube ich, oft wirklich diese Kraft und Möglichkeit dessen, was der kleine Shift im Körper verändert. Und es kann sein, dass du dich eben immer wieder mal bewusst aufholst, immer mal wieder bewusst ein- und ausatmen. Gerade auch dieses Ausatmen ist so zentral. Ich habe das an mir beobachtet, in meinem Forschen und mit dem Körperauflösen, wie sehr ich mein Ausatmen zurückgehalten habe und gemerkt habe, da war so ein Gefühl von, ich muss immer so ein Stückchen Restenergie für mich behalten, weil wenn ich keine Luft mehr bekomme, dann habe ich wenigstens noch eine in mir. Und es ist genug Luft für uns alle da und wir können einfach mal ausatmen und wir können einfach mal auch diesen Raum einnehmen, der uns sowieso zusteht. Und es ist unsere Möglichkeit und du hast diese Möglichkeit auch und ich lade dich ein, sie für dich zu nutzen und wirklich diese Strahlen aus dir heraus nach draußen zu geben. In dem Sinn wünsche ich dir eine wunderbar schöne Woche, auf das diese Herbst-Sommerstrahlen von gestern und dieses Morgenrot heute dich so nähern, bestärken, einmal mehr du zu sein. Und ja, vielleicht bist du dabei bei einem der Flashmobs, morgen übermorgen 7.30 Uhr, beziehungsweise Donnerstag und Freitag um 17.30 Uhr. Und wie gesagt, das Kongressvideo gibt es heute noch bis 18.00 Uhr freigeschalten. Natürlich kann man das Kongresspaket ja auch kaufen. Ja, den Link werde ich noch drunter geben, dass du dann auch für den Kongress dich noch anmelden kannst, wenn du magst. Und ich sende dir ganz viel Herzenswärme und freue mich, wenn wir gemeinsam trainieren und du dich einlässt auf deine Lebendigkeit für noch mehr du. Alles Liebe.